Gold, Silber oder sogar Platinum, Palladium? Welches Edelmetall ist das Richtige für mich als Einsteiger, als Anleger? Wir reden heute mit Ihnen über die Eigenschaften der einzelnen Metalle und welches Edelmetall sich für Sie am besten eignet. Liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Ketten Edelmetalle und zwar haben wir uns heute zur Aufgabe gemacht, mit Ihnen darüber zu reden, in welcher Situation Gold, Silber, Platinum oder Palladium am meisten Sinn machen. Für die meisten dürfte Gold ja bekannt sein als das Gold der Vermögenden, der Reichen. Vielleicht, wenn man so ein bisschen ins Gedächtnis schaut, denkt man an irgendwelche Bankräuberfilme, wo große Taschen voller Goldbarren gestohlen wurden. Aber ich kann Ihnen eins sagen, so einen Kilogramm Goldbarren, wie wir ihn gerade in die Kamera gehalten haben, der circa aktuell 52.000 Euro kostet. Der hat es in sich und zwar hat er auf sehr kleine Flächen eine sehr, sehr hohe Dichte und das ist die besondere Eigenschaft bei Gold. Im Verhältnis zu Silber braucht man für einen hohen Wert nur ganz wenig Lagerfläche. Gold ist das typische Krisenmetall. Gold ist der typische Inflationsschutz und Gold ist auch das Metall, das man verwendet, um sozusagen sein Geld sicher zu parken. Wir empfehlen Goldmünzen oder Goldbachen zum Zwecke der Altersvorsorge. Wir empfehlen auch Gold vor allem aus Blickwinkeln des Inflationsschutzes, damit sie sich vor den Währungskrisen, vor den Krisen der Regierungen, vielleicht auch vor den selbstgemachten Krisen ein Stück weit schützen können. Im typischen Anlagesegment spricht man von einer Unze. Eine Unze sind 31,1 Gramm und bei Bachen redet man eher von geraden Zahlen wie dem Gramm, 2 Gramm, 5 Gramm, 100 Gramm. Es gibt aber auch einen Unzen Goldbachen, was viele Anleger abschreckt. Woher kommt das? Eine Unze Gold, beziehungsweise die Unze, ist ein sehr langjähriger Begriff, der sich einfach etabliert hat. Seit 1967 der Krügeran sozusagen in der Einunzenstückelung gestartet ist. Es gibt aber auch die halben, die Viertel, die Zehntelunzen, kleinere und größere Stücke. Die gängigste ist, wie gesagt, die Unze und wenn man von einer Unze spricht, redet man auch immer vom typischen Goldpreis. Sollten Sie also bei uns auf der Internetseite den Goldpreis sehen mit 1.615 Euro, dann reden wir hier auch von einer Unze. Um sich das Grammgewicht auszurechnen, vielleicht als wichtigen Tipp für Sie, dividiert man das Ganze dann durch 31,1. Das bedeutet, Sie haben dann das Gewicht eines Gramms und hochgerechnet kommt man so eben auf knapp 52.000 Euro im aktuellen Moment. Gold ist in unseren Augen also das sogenannte sichere Hafen. Was ist dann Silber, der sogenannte kleine Bruder oder das kleine Geschwistermetall? Silber ist eher industriell verarbeitet. Silber benötigt man in sehr vielen Industrien, wie in der Automobilindustrie, man benötigt es in der Raumfahrtindustrie, man benötigt Silber auch für beispielsweise Photovoltaik oder Solaranlagen. In all diesen Industriezweigen wird Silber verarbeitet. Das ist der große Unterschied zum Gold. Silber ist aber auch viel, viel volatiler. Die Volatilität beschreibt nämlich die Schwankungsbreite von oben nach unten, wie groß die Schwankungsbreite Silber in einem kurz gemessenen Zeitraum, wie beispielsweise einem Tag ist. Und hier ist es durchaus möglich und da lassen Sie sich bitte nicht erschrecken und deswegen ist Silber auch weniger als Metall für die langfristigen Anleger, dass Silber eine Volatilität von bis zu 30 Prozent hat. Erst im Mai diesen Jahres haben wir es erlebt, dass Silber eine riesige Rallye hingelegt hat und knapp 40 Prozent gestiegen ist, liebe Zuschauer. Kurz danach hatte Silber auch wieder Rücksetzer von 10 Prozent. Also man muss hier einen langfristigen Blickwinkel haben. Silber dient auch oder eignet sich auch besonders gut zum Inflationsschutz, weil Silber, Gold, Platium, Palladium ebenfalls als Geld, als Zahlungsmittel ebenfalls fungibel sind. Früher, zu Zeiten der Ägypter oder auch zu Zeiten der Römer war es so, dass man bestimmten Münzen einen Zahlungsmitteleffekt zu oder eine Zahlungsmitteleigenschaft zugeordnet hat. Silber war hier sehr, sehr beliebt, weil eben Silber in größerer Verfügbarkeit vorhanden ist, aber auch Gold dient dieser Eigenschaft oder dient diesem Zweck. Wenn man sich heute eine Münze anschaut, wie beispielsweise den Wiener Philharmoniker, hier haben wir mal eine Unze, dann sieht man auf so einer Münze in Gold, aber auch in Silber einen Nennwert. Bei der Goldmünze reden wir hier von einem Nennwert von 100 Euro und bei der Silbermünze reden wir von einem Nennwert von 1,50 Euro. Es macht natürlich keinen Sinn, mit derartigen Münzen im Supermarkt zu bezahlen, liebe Zuschauer. Im Platin und im Palladium erst recht nicht, weil man hier eine Mehrwertsteuer auf den Münzen hat. Gold ist steuerbefreit, Silber ist bei uns differenzbesteuert im Onlineshop angeboten, hat in Deutschland mit der Situation zu tun, dass eigentlich seit dem Jahr 2014 die Steuerpflicht als Regel besteuert eingestuft wurde. Die Händler und die meisten flexiblen Unternehmen haben den Weg gefunden, die Produkte differenzbesteuert anzubieten, was für sie so viel bedeutet. Sie müssen sich keine Sorgen beim Wiederverkauf machen, sie verlieren keine Steuer. Es stecken knapp 7% bei Silber mit im Produkt. Schauen wir doch mal zu Platin und Palladium. Die beiden Metalle, die ja schon seit Jahrzehnten als Randmetalle neben Gold und Silber als Begleiterscheinung einhergehen. Platin und Palladium benötigt man vor allem für die Katalysatorenindustrie und nennt man auch Geschwistermetalle. Platin ist momentan sehr, sehr günstig. Wir werden hier mal ein Video einblenden, wo wir über die Chance Platins, über die Jahrhundertchance sprechen. Und Palladium ist sehr, sehr hoch im Preis eingestuft. Es hat Platin in vielen Industriebereichen abgelöst, wobei beide die gleiche Leitfähigkeit besitzen und Platin und Palladium gerade deswegen eben für die Automobilindustrie so interessant sind. Wir persönlich gehen davon aus, dass Platin Palladium zeitnah wieder überholen wird und das deswegen eine sehr günstige Einstiegsgelegenheit für Platin ist. Auch hier spricht man von Unzen im einen Unzenbereich, also 31,1 Gramm. Es gibt natürlich in allen vier Segmenten Münzen und Barren. Die Frage ist immer für Sie, sind Sie eher der typische Anleger, der sagt, ich möchte möglichst viel Geld in ein Stück investieren, dann empfehlen wir hier den 1 Kilogramm Goldbarren. Oder sagen Sie sich, ich möchte möglichst flexibel sein, bin auch bereit, erhöhte Prägekosten für die einzelnen kleineren Stücke zu bezahlen. Dann macht es durchaus Sinn, auch in Münzen zu investieren. Grundsätzlich galt bis vor zehn Jahren circa die Faustformel, dass Münzen von der Produktion her günstiger als Barren sind. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Prägekosten für Münzen sind nahezu gleich wie für Barren. Deswegen ist es eher eine Geschmackssache. Wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich Münzen und zwar, weil man einfach ein gesetzliches Zahlungsmittel in der Hand hält. Das ist der besondere Vorteil und man kann Münzen auch in kleineren Stücken als schöne Tauschmittel entsprechend kaufen. Wir werden hier mal ein Produkt einblenden und zwar ist es der sogenannte Kombibarren. Der erfüllt denselben Zweck als Barren und zwar ist es ein Barren mit vorperforierten Stellen, mit vorgestanzten Stellen, sodass man immer ein Grammstückchen oder auch in einer anderen Variante ein halbes Grammstückchen abbrechen kann und ebenfalls ein Tauschmittel besitzt. Ich, wie erwähnt, bin ebenfalls eher großer Münzfreund und in welchem Verhältnis sie das Ganze mischen sollten. 80% Gold, 20% Silber. Für die etwas risikoaverseren Anleger, die sagen, ich bin eher renditeorientiert und möchte vielleicht eine größere Wertsteigerung mitnehmen, kann man durchaus auch in Platin investieren. Bei Palladium sind wir aktuell sehr zurückhaltend. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch für diese Praxistipps geben, wenn Sie unser Video teilen, wenn Sie uns gerne in die Kommentare reinschreiben, schreiben, ob Sie noch ergänzende Hinweise haben, wenn Ihnen das Video als Einsteiger, aber auch als Fortgeschrittener geholfen hat. Und sollten Sie jetzt das Bedürfnis verspüren, sich auch mal beraten zu lassen und uns vielleicht noch die ein oder andere Frage zu stellen, dann blenden wir hier unsere Beratungs-Hotline ein. Dort erreichen Sie mich, meinen Vater, unser gesamtes Team. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald bei uns im Online-Shop begrüßen dürfen. Der Link zum Online-Shop befindet sich unter dem Video und für die Neulinge ebenfalls einen 5-Euro-Gutschein für Ihre erste Bestellung. Ansonsten bleiben Sie an der Stelle gesund. Und vielen Dank, dass Sie das Video angesehen haben und schauen Sie gerne mal wieder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Vergessen Sie bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald. Tschüss.